Die Regionalliga Westen. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land reisen. Der Sportclub schlöst an in Form von Tim Geller und es geht los. Wiedenbrück in Weiß von links nach rechts, die Alemannia in Schwarz und Gelb von rechts nach links. Ende 2021 der letzte Erfolg, ein 0 zu 1. Da hat der damalige Aachener Torwart Joshua Mross einen Fehler gemacht und damit das Gegentor ermöglicht. Ramay auf Brasnitsch. Mark Brasnitsch legt den ab für Kilian Paljuka. Hölscher, Ramay ist da, abgeblockt. Szene lebt noch, Ramay, Eckschluss. Erste dicke Chance im Spiel, 16. Ramay für Brasnitsch und dann Paljuka. Hölscher klärt. Und dieser Nachschuss von Ramay, der ist drin, wenn Böhmer da nicht sich dazwischen schmeißt. Rumpf und Ramay wieder auf der rechten Seite. Winter wäre dabei. Braucht ihn auf dem linken. Schwermann, Schussposition. Julian Schwermann! Hölscher! Das müsste abseits sein, das ist es aber nicht. Und Anton Heinz macht sein fünftes Saisontor, 17. Oder? Ja, das Tor zählt. Die Torebende kommt noch nicht. Bin ein bisschen verwirrt, aber das Tor zählt. Anton Heinz, neunter Scorerpunkt in dieser Saison. Und das geht auf Marcel Hölscher. In seinem 402. Regionalliga-Westspiel. Ramay macht das stark. Schwermann mit dem Abschluss. Das ist kein Flatterball, den muss er fangen. Und dann Heinz sagt Danke. Kurze Variante. Heinz, Ball nicht im Aus. Ramay mit dem schwachen Rechten. 31. Seit längerem mal wieder eine Torannäherung. Ramay schwierig. Brasnitsch wollte da noch, beziehungsweise Paljuka war es, der da noch die Rübe ranbekommen wollte. Weil viele sie als Geheimfavorit nannten. Ja, Leute, hört mal auf. Bocholt, die haben eine solide Mannschaft. Die werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber... Ja, die sind ja kein Aufstiegskandidat. Aber schauen wir jetzt erstmal auf Domröse. Dominik Domröse, Marcelionen im zweiten Anlauf mit der Parade. Wartet noch auf sein erstes Tor im Trikot des Sportclubs. Oh, Rumpf mit dem Fehler. Da darf er nicht runtergehen. Kamp dann. Hanraz muss löschen. Kriegt das gelöscht. Da ist Karahan. Barty Karahan. Und Klasse zurückgearbeitet von Nils Winter. Bügelt den Fehler seines Kollegen wieder aus. So, Rumpf geht da runter. Hanraz stellt Kamp dann, macht das einzig Richtige. Und Winter mit dem wichtigsten Zweikampf dieser Saison, würde ich sagen. Unter dem Pfeif-Konzert ist... Der via Werner-Fuchs-Tribüne. Ecke nicht schlecht. Scrojec klärt. Kerkemeyer hat ihn auf dem starken Linken. Kerkemeyer! Die Wienbrücker nähern sich an. Zum zweiten Mal, dass er da Platz im Rückraum hat. Und Jonen dachte sich, da fliege ich mal besser. Gute Ecke. Hanraz. Nicht geklärt. Hölscher geht nicht hin. Strujec! Und Hanraz! Die beiden Abwehrspieler. Strujec liegt. Kein Elfmeter. Und jetzt pfeift er ab. Wir schauen uns das nochmal an. Strujec mit der ersten Chance. Und dann Hanraz. Ja, der wäre Richtung Seitenhauslinie gegangen. Aber... Es ist mal wieder ein Abschluss. Der erste seit der 31. Minute. Klares Foul von Kapp dann. An Ramay. Das ist egal. Denn Hanraz hat die nächste Torchance. 65. Für mich vorher ein Foul von Kapp dann. Dagegen Ramay. Flanke von Schwermann. Super abgelegt. Und dann Mika Hanraz, der ein paar Zentimeter an seinem ersten Tor seit anderthalb Jahren vorbeischrammt. Ball ist noch im Spiel. Karahan. Bahatin Karahan. Marcelionen. Sie spielen mit dem Feuer. Ich sag's nochmal. Ausgleich wäre verdient. Klar, dass vorne keiner mehr ist. Ihr seht alle Feldspieler im Bildausschnitt. Oh, der ist klasse. Davutouma. Zu sieben. Hölscher bleibt noch hinten. Kurz ausgeführt. Davutouma. Aydinel. Schussposition. Aydinel. 93. Spielminute. Alter, der Ausgleich wäre überfällig. Hölscher mit dem langen Ball. Der ein bisschen kurz geraten ist. Tempanik. Anton Heinz. Könnte den jetzt einfach reinschießen. Anton Heinz. Stattdessen sucht er Wilms. Wilms. Das Spiel ist aus. Das Spiel ist vorbei. Alemannia Aachen gewinnt. Glücklich. Das Heimspiel gegen den Sportclub Wienbrück. Heinz hätte da einfach nur das leere Tor treffen müssen. Stattdessen rüber auf Dustin Wilms. Der verfehlt das Tor um einige Meter. Aber das ist egal. Das war cool, Marcel. Habt ihr davon eine Playlist oder sowas? Ja. Playlist gibt es hier. Mega. Habt ihr noch andere Videos? Irgendwas Cooles? Ja. Letzte coole Video gibt es hier. Ach da. Ja klar. Und dann würde ich euch, glaube ich, abonnieren. Geht das auch? Abo geht auch. Abo, komm mal da. Da ist es. Danke, Marcel.